hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal heute gibt es mal wieder valheim und ja was habe ich beziehungsweise ich und daco offscreen gemacht wir hatten ja hier hinten diesen wunderschön großen sumpf ihr seht alle markierungen sind weg der grund ist wir haben es einfach mal eiskalt abgefahren das kam aus den letzten 45 krypten zusammen die noch markiert waren ja dann habe ich offscreen noch ein bisschen kohle hergestellt und wo haben wir es denn hier schon ein bisschen was eingeschmolzen essen haben auch gefahren und 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 heute in der folge will ich mich damit beschäftigen mir einfach mal so weit wie es geht noch alles zu organisieren was ich gerne möchte und ist ja nicht viel das ist auf jeden fall eine eisenaxt hätte ich gerne noch da brauche ich das andere leder dazu die lederschnipsel und ich brauche kernholz eisenaxt ach normales holz ja gut nehmen wir das von hier oben dann kommt jetzt erstmal eine eisenaxt ich muss hier mal ganz kurz ein bisschen platz schaffen so dann natürlich der eisestreit kolben so schild hammer eisen picke hammer mehr brauche ich da jetzt eigentlich nicht ich könnte das jetzt alles noch ein bisschen upgrade ne den streitkolben hätte ich gerne der braucht jetzt 20 holy shit aber gut der ist damit dann fertig die eisenaxt wird noch geupgradet muss auch noch auf stufe drei das braucht jeweils alles nur fünf das heißt ich muss noch ein bisschen was durchschmelzen das soll aber nicht das problem sein das machen wir jetzt noch alles nebenbei da hinten war ersatz rüstung die wir jetzt mittlerweile doppelt haben dann kommt das hier rein die picke da haue ich dort mal mit rein höh ja das dahin dann einmal dass eine kohle hat man ja schon aufgefüllt dann also einmal das also ich möchte mindestens alles auf stufe drei haben versteht sich von selbst und ich habe die kiste hier aufgebaut eben allein wegen daco ich musste nämlich ein screenshot machen von dem was wir hier alles haben und ja sieht das ding geil aus und die erst mal holy shit das ist noch nicht fertig hier sieht man zum übrigen auch wir haben wieder ordentlich zeug da da nix da haben wir ein bisschen was hier haben wir auf jeden fall wieder ordentlich was würstel haben wir noch äh äh karottensüppchen haben wir alles ja da brauche ich eigentlich gar nichts herstellen äh das ist fürs feuer hier was essen kann ich ähm und es wird nacht kann das sein das ist sehr gut und wir brauchen das lagerfeuer nicht weil wir jetzt oben diese feuerschalen an der decke haben das ist schon mal sehr sehr gut und die scheinen aber auch dauerhaft zu brennen weil kohle drin ist ja umso besser würde ich sagen ähm das ganz kurz da rein das hier raus so mitnehmen gleich wieder alles aufgefüllt hier und die wölfe jaulen immer noch rum das kann ja noch nicht sein ähm haben wir jetzt 25 ey das muss doch easy reichen äh ähm upgrade ich möchte die axt und die picke noch geupgradet haben das äh schild den bogen ja gut ich werde erstmal auf die rüstungen gehen würde ich sagen also fünf zehn und fünfzehn jetzt haben wir noch zehn stück ähm ja komm machen wir nochmal die eisenrüstung ah ok ja bis stufe drei werde ich gehen mehr nicht mein umhang werde ich auch nochmal upgraden wollen äh äh der braucht noch knochen da haben wir aber mittlerweile auch mehr als genug also ja und nochmal aufwerten ja ok ja stufe drei reicht vollkommen aus einmal einmal dahin das dahin und einmal anziehen bitte danke ah ich nehme mich auch gleich noch mit ähm sieben stück haben wir ich brauche zähne zehn zwanzig oh da brauche ich noch einiges da braucht man noch einiges los los Rania ähm die nächste kohle am besten gleich mit aufnehmen hier und nochmal nachlegen am besten oh ja so so das müssen jetzt die nächsten zähne sein da werde ich die werde ich halt direkt ähm investieren in die Hose und die werden wir auch gleich wieder anziehen weil ich sag mal so die rüstung hat jetzt so vorrang vor dem werkzeug und so weiter aber das ist ja auch verständlich was brauche ich denn eigentlich für die ganzen anderen Sachen wie viel ähm upgraden die hier braucht 20 10 und dann 20 sind wir bei 30 sind wir bei 50 70 78 ja das kriege ich mal hin zwar nicht mehr in dieser Folge aber wir werden es noch hinbekommen es tut mir leid für diesen ja dieses merkwürdige Geräusch von mir ich habe gerade aufgestoßen ähm mh irgendwo hieß es da kann nichts gemacht werden kann aber überall hm da haben wir wieder 2 da haben wir schon 5 das reicht doch für 8 20 ne das nicht 10 10 7 dann machen wir erstmal das Schild auf Stufe 3 so das Schild braucht dann noch oh es fehlt noch 1 20 Kernholz so und 1 so da haben wir jetzt auch gleich das Schild auf Stufe 3 aufwerten jo nice also es wird man muss halt nur immer wieder nachlegen und das ist ein bisschen nervig aber gut früher haben sie sich auch nicht beschwert na komm schade dass die Öfen so langsam sind dass man die nicht mit irgendeinem Upgrade ähm schneller machen kann das wäre nice gewesen ähm repariert werden muss hier nix hier auch nicht ähm das Essen hab ich es tut mir leid das Essen hab ich noch von der Farming Tour drin das lege ich jetzt auch nicht extra ab deswegen ne so Stein jetzt können wir nur den Wettstein machen ja bei dem Blaseberg dachte ich ja halt der kommt hier irgendwo ran und das würde schneller gehen aber das ist einfach nur so ein ja er muss in der Nähe vom Tisch sein was ich nicht ganz verstehe das muss ich nicht verstehen ähm ein Süppchen schnabulieren äh äh los ich hoffe nur dass jetzt hier kein Raid passiert weil mittlerweile kommen die blauen Typsies und äh ne mhm alleine ne so noch drei Stück ich brauche Hirschfellfedern und Kernholz ähm ich mach ja ich werd die Kohle hier gleich wieder nachlegen die ich noch hab ok das war für die Ärzte nice oh jetzt bin ich zu schwer ja wie viel haben wir jetzt da Zähne reicht um den Bogen nochmal abzugraden also Federn Hirschleder Kernholz oder oder ich mach den Helm äh ne ja Jägerbogen so und für Stufe 3 braucht der 20 Eisen 10 Federn 10 Federn 4 äh Hirschfell und 10 davon das behalten wir natürlich gleich im Inventar das da rein das da rein dann können wir die hier wieder aufsammeln und wir legen einfach nochmal welches nach so ähm fahr mal wieder 5 6 äh na komm schneller nein schade so aber wir werden da nochmal ein bisschen Holzkohle nebenbei mitmachen weil die wird nicht für alles reichen leider Gottes so hier haben wir wieder eins dann haben wir schon mal achte ähm ähm was hab ich denn da jetzt ne oh nein ich hab kein Holz reingelegt neuuuun oh eins noch und wir machen dann auf jeden Fall erstmal den Bogen fertig damit das Holz und alles hier raus verschwindet ähm upgraden ähm oh 20 Eisen okay wir machen erstmal den Helm dann ist die Rüstung fertig dann brauchen wir jetzt noch 20 40 40 60 Eisen ja gut das werden wir aber auch noch hinbekommen so ist es ja nett ähm ansonsten hier draußen ist soweit alles safe um die Felder kümmert sich der Darko ach und was wir noch gefunden haben in der einen Krypta ist den nächsten Boss Gegner um den wir uns auch bald kümmern werden und da freu ich mich schon drauf äh ich muss mir merken das Viereck ist für Kohle äh so mitnehmen und Greis ist für Greis vor allem Greis ist für äh so nein ich hab schon wieder ein Holz reingelegt das ist aber auch nervig ja äh äh was mach ich denn von hier will ich das doch haben so ich werde das jetzt erstmal hier ganz kurz anders machen das ist für den Bogen da fehlt noch ein bisschen Eis ne dann kann ich das hier ganz in Ruhe aufnehmen wenn das mir gehen würde danke so das ist für den Bogen reicht allerdings noch nicht da fehlen noch Zähne ähm ja äh Musik du hörst dich so seltsam an ah ok und dann haben wir ja auch genügend Eisen um die den Wölfen hier ja mal ein neues Tor zu machen weil die äh greifen greifen das halt gerne an wenn es darum geht ähm oh hier hab ich ja auch ach stimmt ich weiß aber warum ich hier noch Eisen drin hab ähm die greifen das gerne an wenn wir angegriffen werden ne hier wollte ich noch alles aus Stein machen deswegen werde ich das mal nicht reparieren muss auch nicht wirklich sein äh muss auch nicht wirklich sein äh kurz was futtern hier Würstel geht auch noch so wie viel haben wir jetzt äh da fehlen noch vier Stück dann kann ich den Bogen machen ja nice 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 so ähm das hier kommt da oh 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 den Bogen schaffen wir sogar noch in dieser Folge yeah geil und da wird der Bogen geupgradet nice Schufe 3 jetzt brauche ich nur noch äh 40 davon ich würde mir aber auch gerne so eine Streitachse mal herstellen Schlitzen 75 und der macht kein Schlitzen der macht Hauen 76 äh Schlitzen 27 bis 49 Damage macht der im Grunde und wenn das Ding offen gewertet ist oh ich will auf jeden Fall die Streitachse auch noch in meinem Inventar haben das steht fest so aber das war es auch schon mit dieser Folge ich werde jetzt noch fleißig durchbrennen bis zum Abwinken und dann in der nächsten Folge werden wir die Streitachse herstellen und die restlichen Sachen upgraden wenn euch die Folge ein bisschen gefallen hat lasst gerne einen Daumen nach oben da lasst Kommentare da und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video bis dahin bleibt entspannt genießter Tag und Bye Bye aus